Ja, das war genau richtig. Projekt 25 im Norden. Schale Süden. Schale Mitte. Ja, komm, komm. Rush drauf, zerstört sie. Rush drauf, zerstört sie. Los kommt. Alle Freien wieder auf Caesar. Die sind einfach zu langsam, um ehrlich zu kommen. U-Boot? Sehr schön. Wo U-Boot? U-Boot war A2. U-Boot war A2. Okay, ist wieder ein U-Boot. Richtig. Ich hab Hedges mit im Norden, auf der Schale. Ja, ich hab auch Hedges dabei. Alle Freien bitte in Caesar. Vermutlich oben A1 hoch. Ja. Da, ich fahre mal ruhig die 1er-Linie hoch und fahr da lang. Nicht, dass sie sich da durchmuggelt. Da, ich hab ein 2er-Linie hoch. Ich hab ein 2er-Linie hoch. 2er-Linie hoch. Achso, Morrow. Wir haben hier auch wieder 2 U-Boot. Der Torbenowolver. Wie sieht die Forst in Bravo aus? Ähm. Was wir jetzt gegen anderen, oder? Eine Schale und 2 SS-S. Genau, auf die Main. Und kommt Torpedobombe. Ja, Dati, fahr mal hoch zu Border, bitte. Ja, gut, der ist schon durch, wenn er da lang gefahren ist. Jetzt zu spät. Der kann aber nicht unendlich lang tauchen. Der müsste auf B oder C jetzt sein. Wenn er durchfährt. Jaja, der ist schon weiter dann. Geoutet halt einfach. Großflächig. Haben wir Anti-SS hier im Raum? Auf Cäsar? Haben die Headshots was getroffen? Nein. Ich hab Headshots mit. Ok, Cäsar startet. Okay, die Bombe im Süden nicht hängt an. Jaja, genau. Ja. Ja. Gesundheit. 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 Schönheit. Ein. Wohlstand. Der wird runtergefahren sein. Neul. Ja, fuck. Kein Anti-SS im Raum. Sehr schick. Oh, äh. Kommt das U-Boot. B4. Leute, auf Cäsar wird der Raum nur gehalten. Wir fahren hier nicht aggressiv. Lass mich noch retten. Jetzt haben wir ihn. Ach, der ist sowieso so tot. Ist halt das Spiel für die er war. Von unten ist der SS noch am Leben. Endlich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Nimm das nächste auf mich, weil ich bin... Ich muss mich erstmal hochrappen. Torpedobombe. E2. Ich bin weggeworfen. Alles in meinem Leben. Vielen Dank.